Jetzt gewinnen wir wieder mal eins. Ich glaube beide droppen quasi. Aber da holst du? Ja ja, fuck. Er ist schon da, close, close beim Baum. Baum? Achso. So der Baum, okay. Okay. Ich schau immer automatisch zu dem Baum. Achso ja, sorry. Der andere Baum habe ich für Licht verdrängt. Ich geh auch noch mal drauf. Mhm. Was da bei dir ist, ich glaube. Ah, ich habe ihm noch gehört. Er hat 4 HP. 4 HP. Nimm ein Pistel, nimm ein Pistel, nimm ein Pistel. Holzt du eventuell? Okay. Hast du gehört? Ja, schottig. Zweck 7 also. Nimm ein Pistel, nimm ein Pistel. Nimm ein Pistel. Nimm ein Pistel. Und jetzt auch. Sogar in den Kopf vorne. Nimm ein Pistel. Ziele, ziele, hab ich da. Nimm ein Pistel. Ah. Let's go. Sind zwar lang. Ah, fuck it. 28 HP. Dropper, der hat 28 HP. Zitler. Hast du jetzt eine Graffiti gesprüht oder eher? Ich habe eine Graffiti gesprüht. Nein, nein, nein. 100% Disrespect natürlich. Oder ich habe auf die Tasche getrunken. Ah, ja. Beide bei dir. Einer. Einer stehen da da im Eck. Oh, ja jetzt beide. Ja. Komm. Easy. Nicht mit mir. Die Scout Boys. Und die Verwaffen-Kette? Und beide Scouts. Ah, okay. Ich bin aber auch beide fette Minimale, ich denk schon. Ja, das ist natürlich schon direkt. Huch. Ah, fuck. Dann sind wir beide über dir, oder? Ich muss zurück, ja. Ja, ja. Oh, der Schuss drove me. 100 Pistol. Oh, einer ist noch ganz hinter. Den habe ich übersehen. Einer ist ganz hinter gesehen. Mh. Mh. Der Hobby ist ein bisschen anders, sonst hätte ich den sehr schwäkig geschnallt. Okay, 1 vs. 1. Mh. Er starten, oder? Dass er mehr HP hat. Hahaha. Schade. Schade. Guck mal. Nicht, Dropper. Ah, fuck. Und natürlich jetzt, wo ich pushen will. Kutter. Dropper Dude hat 50 Kp. Kutter. Ah, fuck. Ja, du kuschst auch nicht Geräusch los runter. Schön. Wer hat der geplantet? Unter dir. Ah, fuck. Wo war der? Ich habe schon gedacht. Ja, er ist wahrscheinlich hinter mir in ein Ding oder gleich aufs Spawn. Ja, genau. Ah. Kann man safen? Ja, ich meine jetzt mal um die Ecke, ja. Ich habe ein Smoke auf lang. Ja. Okay, Dropper ist Molli geflogen. Was ist hier stehen? Ah, der. Oh, er hat mich aber... Ja, durch den Smoke. Der hat mich nicht mehr gesehen. Ja, der hat einfach... ...random in die Mitte geschossen oder so. Ja, ich habe den Egel gehört. Ja, der Scout. Oh, nice. Na. Ah, schade. Die fragen mich, wo der mich gesehen hat. Irgendwas... ...hat er wohl nicht ganz gedeckt oder so. Ah, dass man jetzt Sachen verkaufen kann. Let's go, people. Throwing fire. Throwing smoke. AWP. Wir müssen, glaube ich, weit über dir gucken. Bei mir hat er da noch Burn-Damage genommen. Bei mir ist nichts. Okay. Ja, das ist der AWP. Weißt du, wo er ist? Ja, in Lang. Keine Ahnung, wo genau. Ja. Hätte doch was sein können, dass du piekst. Jajaj. Wahrscheinlich hätte man gleichzeitig pieken können. Ja, aber er hat ja auf die geämt, oder? Ja. Ja, aber wenn er in der Rätsel gehört hat, dass du hinter am Reich. Jaja, klar. Äh, kommen wir weiter wieder drauf, Barbie. Schau mal, dass wir dann holen und die USP holen. Mhm. Okay, die müssen wir beide ansposten. Wir sind beide beim Hüßlein. Chicken? Beide? Ja. Ja, einer mal. Ah, einer ist Plateau, einer Chicken. Ja, einer habe ich. Der Chicken habe ich. Ja, einer Plateau. Plant du irgendwie. Haben wir einmal. Achso, hier, achso hier. Ah, fuck. Hab ich auch einmal abbrachen. Boah, mein Gott, nein. Wie dir die gute Pistel gönnt. So, ich tät jetzt gerne einmal schon, dass wir da lang rausgekommen. Achso, du eh. Ja, passt. Aim du ab. Richtung zu deinen Fässern. Ist ja geil, die Flash. Und wie ist, war er? Und... Ah, Chicken, Chicken, Chicken. Ich habe ihm 30 KP schon abgezogen. Der braucht noch einen Scout Hit. Ah, fuck. Schön, 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 schön. Der Cut? Die Flash ist ja... Die Flash ist ja... Äh, ich habe MP gehabt, aber... Ah, die Piz... äh, die... Die Flash ist ja immer so gut. Du hast noch einen Escape. Ich habe noch einen Scout Tropp. Okay. Okay. Ich hab schon mal den Rücken drückt, ja? Ja. Ich hab mir noch einen Rücken drückt, ja. Ja. Der ist gerade außer gespürt. Ein Kanadiger. Der mit der Bombe ist hinterm Ding. Ich habe auch. Ich kann jetzt gleich bleiben. Er steht so. Nein, nein, nein. Ich habe Bombe außerdem. Ich habe ihn einmal gehadert. Ah, der hat ja... Es gab voll gut. Es gab voll gut mit der Flash. Da nehmen wir schon ein Ten vom Gesicht. Er ist einer, ist der Close. WTF? Wie hätte er das überleben können? Einer ist Close unten. Der hat 90. Der hat noch 10 HP. Der hat die Scout von mir. Der könnte schon oben sein, bei den Fässern. Kannst du da nehmen. Nein, ich habe es gesehen. Ei, ei, ei. Ah. Ah. Ja, ich bin hinter ihm gesehen. Und da werden wir irgendwie einen Headshot mit der Pistole gehen. Und dann... Das hat gut funktioniert. Okay. Gib du mal wieder Deckung. Hat die Flash nochmal. Top Flash. Go. Beide Dropper, glaube. Außer die eine versteckt sich im Ding. Ah, ich habe Bombe nicht. Jaja, aber... Chicken will ich klären. Könnten jetzt schon hinter uns kommen. Kannst du mich decken? Ja. Lang, hab ich. Okay, passt. Zweiter haben wir kein Info. Ja. Lang. Glauben nicht. Aua. Aua. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ui. Huh. Huh. An Samarita ist das lieb. Du hast neun verschiedene Waffen verwendet. Immerhin. Ja. Ja. Ja, aber wo reinkappt? Ja.